Hallo zusammen und ich begrüße euch zurück zur NBA 2K 14 Karriere meinerseits mit der 21. Episode und wir sind ja durch die letzte Folge endlich endlich Starter geworden das hat ja auch ziemlich lange auf sich warten lassen und in dieser Episode gibt es zwei Matches einmal gegen die Pacers das hatten wir schon am Ende der letzten Episode gesehen da waren wir unterwegs nach Indiana und das zweite Spiel geht gegen die Timberwolves also zwei gar nicht mal so einfache Gegner wobei die Pacers natürlich die stärkere Variante sind denn die Timberwolves das hat man auch im Laufe der NBA Season gesehen anfangs sehr sehr stark wir haben eine gute Starting Five aber dann sind denen so die Säulen weggebrochen da Pekovic verletzte Center und dann noch die mangelhafte Tiefe der Bank also nach der Starting Five kommt nicht so viel aber da kommen wir gleich erst hin denn das erste Spiel ist gesagt bzw. viel gesagt gegen die Pacers und wir starten im Spiel und ich starte auch im Spiel also alles wie gehabt das wird spaßig und Georgie mit der ersten Szene wird gezwungen diesen toughen Wurf zu nehmen ich hole mir den Rebound LeBron Coast to Coast Skill oder Signature Skill ploppt da auf kann den Angriff aber nicht alleine zu Ende bringen holen wir den Screen von Laundrie Pick'n'Roll und der erste Spielzug ist ein schöner Alliup Pass und auch ein schöner Alliup Dank mein erster Assist und die ersten zwei Punkte in diesem Spiel also ein guter guter Anfang sind jetzt immer noch ganz ganz früh im Spiel 2-2 die nächste Szene wieder von mir geprägt hier versucht ist das David West ja versucht zu charge nicht um geht das Ding meistens klappt das auch aber wenn man ganz viel Pech hat ist das ein Turnover und natürlich ein Offensiv Foul das ist immer ganz ganz ärgerlich hier bin ich Laundrie in der Zone versucht wieder West zu floppen also da hat er sich wieder langgelegt sollte da aufpassen ich mag das gar nicht wenn da jemand versucht Fouls zu ziehen die gar keine sind der Harden hat damals da ziemlich viel Aufsehen ähm für ziemlich viel Aufsehen äh gesorgt als er da versucht hat zu floppen ich weiß gar nicht gegen wen das war da hat die Presse den auch in der Luft zerrissen also da ist immer ein ganz schmaler Grad zwischen Foul und zwischen peinlicher Aktion also da muss man sehr sehr vorsichtig sein und wir gehen weiter jetzt 10 zu 8 7 Minuten noch im ersten Viertel hier der Hubstep dann der Fake den mache ich sehr sehr gerne auf dem Fastback wenn 1 gegen 2 steht und ich gebe euch dann einen Tipp macht den Hubstep nicht zu Ende also haltet da nicht die Tasten nach links oder rechts gedrückt also den Stick sondern lasst los dann faked ja die meisten Spieler sind dann weit hinter den Korb gedrängt dass ihr da ganz leicht den Korb machen könnt hier kommt übrigens mein erster Dreier hab da den George Hill gut aussteigen lassen trotzdem war die Note nicht die beste D plus trotz ausgezeichnetes Release also die Defense da auch wenn der Pumpfake klappt die ist immer noch ziemlich nah hab mich da auch ziemlich gewundert dass der reingeht aber ich nehme natürlich gerne die drei Punkte an hier Pick'n Roll und der schöne Dank prompt kommt die Auszeit die immer noch ziemlich gecuttet aussieht aber mich soll es nicht stören sind jetzt Mitte erstes Viertel noch knapp 5 Minuten und dann dieser gewaltige brachiale Dank und West ja da haben wir mal das Foul von ihm das gefloppt hat ihm da schlussendlich doch ja das Foul eingebracht denn manchmal kann es natürlich auch sein dass das als Block und Foul gewertet wird hier als Wurffoul und ja so geht es einfach mal weiter 12 Punkte jetzt schon auf dem Konto 71% Wurfquote also das nenne ich mal voll im Schnitt dann hier ein gewagter Pass raus ich wollte ihn gar nicht dahin haben habe Glück dass es erstens kein Turnover ist und dazu noch sehr viel Glück dass daraus noch ein Assist resultiert denn Gay platziert sich neu da am Parameter die Defense kommt ein Tick zu spät oder Small Forward von außen mit den nächsten drei Punkten wir sind vier Punkte vor noch vier Minuten im ersten Viertel also ziemlich ereignisreich aber ich habe schon gut getankt hier also viele viele Punkte also auch viele Kleinigkeiten wie Assist und Rewards getankt auch ein paar Seals hatte ich glaube ich schon aber daraus ist leider nichts resultiert zwei in der Zahl waren das glaube ich an dieser Stelle also ein durchweg gutes Viertel dann dieser schlaue Pass aus dem Wurf auf Clark der da in der Ecke ganz allein steht leider zwei Schritte in der Zone drin deswegen nur zwei Punkte aber trotzdem Assist gehört mir Armin ist schon im ersten Viertel da sieht man mal was was ausmacht wenn man startet kann direkt die gute Leistung anknüpfen wieder der schlaue Pass aus dem Wurf da no look Rondo kann das ganz gut und der Clark macht ihn dann wieder rein schließlich komme ich dann nach 2 Minuten 39 oder bei noch 2 Minuten 39 auf die Bank komm Anfang zweites Viertel wieder rein also eigentlich ist das komplett getauscht normalerweise kam ich um die Uhrzeit oder um die Spielzeit nicht Uhrzeit was für ein Windmill Posterized Dunk aber um meinen Gedanken da zu beenden normalerweise kam ich immer spät rein und hab dann das zweite Viertel angefangen hier sah es etwas umgekehrt aus also alles nur geswitcht ist ja nicht wirklich von nicht wirklich eine Gewöhnungssache wie ich finde je mehr Spielzeit desto besser 46 49 die Pacers haben sich die Führung geholt und es ist sehr 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 schwer gegen sie zu spielen gute Offense und gute Defense also beide Enden des Courts nicht leicht zu handhaben aber meine Dunk Show geht jetzt weiter schon 20 Punkte und ist noch genug Zeit im zweiten Viertel um hier das Überhalbzeitergebnis zu erzielen das Double Team hatte auch schon angefangen mich zu stellen kommen da von der Baseline rein der Spin-Post auf Laundrie und der NintenJ da an der Baseline mein nächster Assist finde ich schnuppere schon sehr sehr früh am Double Double noch 5 Minuten im zweiten Viertel natürlich wenn man mehr Zeit hat kann ich da wesentlich bessere Stats hinlangen dann der nächste Posterize und David West ist wieder das Opfer gar nicht das ist das Skola West hat da geholfen in der Defense aber Skola kriegt das Foulgefüfte auch noch das Goat Tending also hätte ich gar nicht für Bachelard rein danken müssen aber es sieht natürlich geiler aus wenn es da richtig kracht und dann gerate ich wieder auf die Bank 58 67 also meine Teamkameraden ohne mich einen ziemlichen Rückschritt da im Spiel gemacht Scoring Leader bin ich eigentlich nur 22 Punkten aber da die Pacers führen David West mit 13 Punkten also 22 Punkte zur Halbzeit überaus zufriedenstellend aber nicht zufriedenstellend dass meine Teamkameraden hier den Vorsprung oder eher das enge Spiel so leichtfertig hergegeben haben aber wir kommen wieder leicht dran mit 7 Punkten also es war davor schon knapp 10 Punkte Spiel die Pacers im Gegensatz im nächsten Angriff wieder die nächsten Punkte also da mussten wir sehr sehr vorsichtig sein ich meine wenn die Pacers einmal weg sind ich habe jetzt nicht spontan im Kopf dass sie sich so hohe Führung nehmen lassen hier mal eine gute Einzelaktion erst der schöne Crossover dann der Fake Half Spin oder eher der Half Spin und der Fake Spin und dann geht es in die Zone mit dem nächsten Posturized Dank 24 Punkte 9 Assists meine Wurfquote jetzt mittlerweile sehr sehr weit über dem Schnitt Cousins hier mal mit dem Midrange das sieht sehr sehr witzig aus weil der Big Man hat erst einen angefakt macht ihn dann schlussendlich rein und hab dann schon am Anfang des dritten Viertels mein Double Double Perfekt dazu gab es noch eine Social Media Herausforderung also alles sehr gut abgeschlossen und David West wieder mit dem Flop also ich weiß nicht was ihm der Coach da gesagt hat ich meine West verteidigt er auch eigentlich nicht gegen mich aber wir geraten hier schon ziemlich oft einander ziemlich überraschenswert wie ich finde da hatte ich auch gar nicht so im Kopf beim Meditieren aber jetzt so und wieder West im Mittelpunkt unfassbar diesmal hätte man so einen Blocking Foul pfeifen können aber ich mache ihm einen Taffen oder mache den Taffen Lab trotzdem rein aber wie gesagt West eigentlich nicht mein Gegner schafft es aber trotzdem immer wieder mit mir in den Mittelpunkt zu geraten der nächste Posturized Dank sprich der nächste Kontakt Dank Dank aber es ist mittlerweile ein 10-Punkte-Spiel oder was heißt mittlerweile immer noch dann dieser dumme Spin von George Hill und Laundrie gibt mir dann den Ball und pack einfach mal den 360 aus schönes Teil geht natürlich auch dann schön in die Replay ansatzlos reingehauen das Ding mehr dann mehr gequetscht in den Ring trotzdem sehr schön anzusehen 32 Punkte im dritten Viertel bei 6 Minuten das kann locker ein 50-Punkte-Spiel werden mal schauen wie sich entwickelt wird das durch die freie Zone es ist immer nur der Help Defender da unterm Korb für mich dann als Posturizer kein Problem wenn es zwei sind sieht das schon ganz anders aus da habe ich schon meine ganz bösen Erfahrungen gemacht besonders im Park also in dem MyCareer Modus Modi also in MyCareer noch ein Modus der Park wer nicht kennt das ist so dass da ganz viele Basketballplätze sind wie im Park könnt ihr euch das halt vorstellen Name ist halt Programm und da kann man halt 2 gegen 2, 3 gegen 3 und 5 gegen 5 spielen sehr schön die Idee finde ich auch sehr genial leider ich habe es in der letzten Episode schon angekündigt die Server von 2k ziemlich eklig also das zieht immer nach sich kann da nicht wirklich gut spielen und letztens versucht da ein paar Videos zu machen vielleicht schaffe ich mal irgendwie eine gute Verbindung hinzukriegen also bleibt gespannt vielleicht kommt das auch noch aber wir sind jetzt erst mal bei MyCareer hier kurz vor Ende des dritten Viertels schnapp mir den Defensive Re versuch von links reinzuziehen George Hill stellt sich aber wieder gut hole mir den Screen von Laundry gerate dann hier in die ja diese komische Animation und das zählt noch das habe ich sogar noch mal mit dem Team nachgeguckt mein 12ter Assist ihr habt gesehen wie da da in diese Animation gefangen und das Schlimmste ist dann dass der Befehl da davor gemacht wurde noch gespeichert wird ich glaube gar nicht wie viele Turnover daraus schon entstanden sind sehr sehr ärgerlich da hat mein Joystick auch manchmal leiden müssen wird dann auch gern mal brachial aufs Bett geworfen ich habe mir schon angemündigt aufs Bett zu tun damit er nicht so viel Schaden nimmt aber ausrasten gehört einfach zu Sportspielen dazu sei es FIFA oder sei es NBA ohne geht einfach nicht und wer sagt das Ballerspiel aggressiv waren wie gesagt Sportspieler ist da für mich nochmal ein ganz anderes Thema nochmal eine ganz andere Liga da hast du viel dazu wir konnten mittlerweile das Spiel etwas schmelzen lassen den Vorsprung von den Pacers hier mal eine Einzelaktionsspin in die Zone am Freiburf dann den Fadeaway ausgepackt und so ausgeglichen die nächste Position können wir von den Pacers auch stoppen und können hier sogar wieder durch mich die Führung wiederholen zwei Punkte Führung 97 zu 95 Grad die Pacers im Gegenzug die nächsten zwei Punkte hier Pickle Roll mit Cousins starker Bounce Pace auf dem Big Man in der Zone der knallt das Ding dann rein und habt ihr gesehen dass da mal wieder ein dynamisches Ziel nicht erreicht wurde ich meine dieses Ziel was der Coach mir da aufgegeben hat ich finde das das ist so unrealistisch das dynamische Ziel besagt nämlich ich weiß gar nicht ob ich es schon mal erwähnt habe oder irgendwann mal gezeigt habe dass ich 10 Punkte hintereinander machen soll sprich ich darf keinen Assist geben also beziehungsweise keinen von meinen Mitspielern punkten lassen ich meine welcher Coach sagt denn das ist halt ein Teamsport wenn er die Punkte macht oder wer die Punkte macht ist schlussendlich egal keine Ahnung was der Ducke gedacht hat ich habe auch noch nicht einmal versucht dieses dynamische Ziel zu erreichen ich meine wenn einer besser postiert ist dann spiele ich dennoch an das gibt ja auch Assist das gibt auch Punkte also jeder ist zufrieden aber das mal nur so als Erklärung warum dich dieses dynamische Ziel ziemlich idiotisch finde aber wir machen jetzt weiter und die Pacers sind uns davon gerannt 109 zu 125 bzw. Grad war es 123 mittlerweile 111 zu 125 und jetzt sind noch knapp eine halbe Minute im vierten Viertel sprich das Spiel haben wir leider hergegeben wir sind so in der Crunch Time im vierten Viertel eingebrochen was natürlich fatal ist für jede Mannschaft besonders auch gegen die Pacers deren Lineup nicht wirklich schwach ist ob es die Starting Five oder ob es die Bank ist hier habt ihr die letzte Aktion in diesem Spiel gesehen wie gesagt eingebrochen und ja das zieht dann natürlich die Konsequenz nach dass wir hier als Verlierer vom Platz 416 zu 127 meine WC Ausbeute ist eigentlich respektabel knapp 2000 zwei dynamische Ziele verpasst eins habe ich erklärt das andere hatte ich gar nicht mehr im Kopf und ja das war also von der persönlichen Statistik für mich ein ziemlich gutes Spiel wie ich fand hat ziemlich viel Spaß gemacht hier die ganzen Spieler zu Postreisen und das Duell David West gegen mich am Anfang hat auch ziemlich viel Spaß gemacht trotzdem verloren kann passieren gegen die Pacers hätte man aber auch vermeiden können aber wie dem auch sei gehen jetzt ins nächste Match gegen die Minnesota Timberwolves und das oder dieses Team hat in dieser Saison zwei Seiten der Medaille präsentiert ich habe es schon am Anfang des Videos kurz angekratzt überragend in die Saison gestartet ich glaube die hatten dann mega Run über 10 Siege hintereinander dann kam hier seht ihr ihn Pekovic der Center hat dann mit Verletzungen zu plagen auch der der Franchise Spieler der Kevin Love fing dann an was heißt zu straucheln aber hat dann nicht mehr diese Monsterleistung abrufen können wie am Anfang und die Bank kann das natürlich nicht 1 zu 1 kompensieren das kann natürlich keine Bank aber ich finde explizit nochmal die Bank von den Timberwolves ein Tick schlechter als der Rest der Liga und jetzt sind sie nur noch im Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld ihrer Conference ich habe das genau nicht im Kopf aber auf keinen Fall jetzt hier wie am Anfang die Monsterleistung um weit in den Playoffs zu kommen nur mal so als Vorstellung für euch wenn ihr die NBA nicht regelmäßig verfolgt die Timberwolves also eher das Mittelfeld ihrer Conference und jetzt gehen wir ins Spiel 4 zu 5 Minnesota führt mit einem Punkt habe schon 2 Punkte bzw. 2 Korb Erfolge auf dem Konto sprich 4 Punkte hier der SDS ist Cazenstar auf verlorenen Posten in der Zone und es ist noch sehr 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 früh im Spiel Love hier mit dem idiotischen Fadeaway 2 Hände da gehen hoch der eine führt zum Block und so können wir unseren Angriff neu aufbauen und plötzlich bin ich ganz alleine an der Dreierlinie Love hatte da mich übernommen zum Verteidigen wollte er da wohl tauschen mit Rubio und dann dieser Austausch hat mir halt die Möglichkeit gewährt da den 3 auszupacken den mache ich dann auch rein die nächste Szene da in der Zone legt einen starken Start hin erfolgreich das zieht das dynamische Ziel nach sich dass ich 3 meiner 4 Korb Erfolge bzw. Wurf Versuche als Korb Erfolg verbuchen soll also 3 von 4 reingegangen sehr guter Start gibt natürlich extra für mich und ich kam auch wirklich gut ins Spiel habe 9 Punkte 2 es ist ein Rebound und hier bin ich schon im Double Digit was die Punkte angeht wie gesagt diese immense Ausweitung oder diese immense Zunahme meiner Spielminuten gibt meinem Spiel natürlich einen ziemlich geilen Auftrieb also ich kann da meine Werte ganz ganz weit nach oben pushen ich finde ich habe auch als sechster Mann in der Rotation nicht schlechte Werte abgerufen aber jetzt kann ich natürlich so auf MVP Kurs gehen mal so 40 Punkte Spiele abliefern und das auch regelmäßig auf All of Fame außer natürlich jetzt gegen Thunder gegen die Heat das ist immer richtig schwer denn die haben durchgehend gut Defender in den eigenen Reihen ich hasse es gegen Westbrook ich habe das schon so oft gesagt ich kann es nur wiederholen gegen ihn die reinste Hölle und wir machen im Spiel weiter hier der Stil und Longe bedient mich dann sofort also instant und von links ziehe ich rein hau das Ding dann schön in die Maschen 15 Punkte 6 von 6 die Wurfquote also 100% ich habe es anfangs angekündigt ein sehr sehr guter Start für mich gerade auf die Bank gegen Ricky Rubio und nicht Rubio Ricci das wäre falsch rum aber ich komme gegen ihn halt wieder auf den Platz 36 zu 32 derweil meine erste Szene nach meinem Bankbesuch ein ziemlich taffer Leerb da gegen drei Mann in der Zone ich mache ihn trotzdem rein Signature Skill Vollstrecker da wieder am Drücker und dann dieses Teil schön da der Nackenkratzer also die Hand bzw. der Ball in meiner Hand schön nach hinten gefedert und dann das Ding wuchtig reingehauen dazu noch der Posterize mal wieder ein Spielzug für die spektakuläre Kiste daraufhin auch noch ein schöner Charge also schönes Offensivfoul forciert hier der Ricky Rubio Verteidiger ausgetanzt bleibt da liegen weil ich geblockt werde und plötzlich kommt der Ball wieder zu mir und ich konnte gar nicht in die Defense äh Transition also die Transition Defense von mir ist gar nicht wirklich passiert und dann kriege ich den Ball zugeworfen und brauche ihn nur noch reinlegen also mal etwas konfuser als sonst die zwei Punkte nehme ich trotzdem mit 23 jetzt an der Zahl bediene Rudi Gay außen ich weiß gar nicht ja es waren drei Punkte ich dachte er hat einen Fuß auf der Linie so mein vierter Assist die Assist hier nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte im letzten Spiel hatte ich ja schon sehr 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 früh viele Assist auf dem Konto und hier in der Szene der Charge Versuch von Mohamed war das war das richtig ich weiß gar nicht aber das hat nicht so geklappt wie er sich das vorgestellt hat und so gehts weiter Kevin Love seht ihr unten nicht das beste Spiel 8 Punkte 3 von 56% Workquote davon hat er von außen zwei Spiele vor allem zwei Dinger reingemacht dann hier warte ich auf Laundre hätte er auch alleine mit dem Flow oder mit dem Dunk abschießen können dachte komm das machen wir etwas spektakulärer der schöne Chip als der Loupass über den Gegenspieler und Laundre kompliziert den Spielzug sind jetzt kurz vor Ende des oder der zweiten des zweiten Viertels nicht der zweiten Halbzeit mein Gott da kommt immer der Fußball an mir hoch sind fünf Punkte vorne und jetzt noch knapp unter eine Minute im zweiten Viertel und Rudi Gay mal wieder auf verlorenen Posten ja die Timberwolves jetzt langsam haben sie gemerkt dass das Spiel über mich läuft versuchen mich zu doppeln aber dann ist es natürlich nur zwingend logisch dass einer frei ist und wenn es Rudi Gay außen ist ist das meistens kein gutes Zeichen und hier seht ihr wie unsere Defense oder wie stabil unsere Defense da stand ein Taffer Layup von links dachte der Post-Arise wird da ausgepackt aber der Post-Move-Score den ich irgendwie hier nicht nachvollziehen kann beschert mir trotzdem die nächsten Punkte und das ist ein sehr 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 guter Halbzeitbericht und ich 29 Punkte zur Halbzeit das muss man erstmal im echten Leben nach machen das ist gar nicht immer so einfach die meisten haben nur so Mitte 15 oder 16 Punkte also zwischen 10 und 20 Punkte knapp 30 ist schon eine Macht also ich habe gerade schon gesagt gegen die PS das jetzt eventuell 50 Punkte spielen werden können wurde es nicht da die PS das gegen Ende mit ihrer Offensive uns überrollt haben eventuell ich hoffe ich es hier gegen die Timberwolves es sieht sehr gut aus haben über 10 Punkte Führung also 66 zu 54 12 Punkte also vor und ich punkte wie ein Monster denn die Zone ist weit offen es erinnert mich ziemlich an die Magics das hatte ich am letzten Match schon erklärt wenn der Verteidiger ausgeschaltet ist dann ist dahinter nicht viel los ist jetzt hier wieder Rubio am Screen und niemand wirklich niemand ist in der Zone die eventuellen Help Defender sind meistens noch an den anderen also Laundry oder Gay und kommen dann wesentlich zu spät um mich zu verteidigen hier gebe ich mal ausnahmsweise mal den Ball habe ich wollte jetzt ein komplett anderes Wort sagen das hätte aber überhaupt keinen Sinn gehabt aber der Zusammenhang ist noch irgendwie da geblieben habe da mich fast noch verhaspelt aber ihr wisst was ich meine 80 zu 69 die Führung also immer noch konstant und dann finde ich hier der Marcus Cousins der erschöpft ist aber trotzdem mit dem mit dem Dunk abschließt 8er es ist also noch 2 für das Double Double 37 Punkte mit dem dritten Viertel also es sieht sehr sehr gut aus mit 50 Punkte Spiel und hier ein weiter 3er ich mache ihn trotzdem rein 85 zu 69 also wie gesagt dieser Spielzug um die 3er zu gewährleisten mache ich oft Screen antäuschen damit wir haben den Back wieder raus also raus cutten und dann findet man sich meistens alleine an der Drehlinie wieder und kann abschließen so wie ich gerade aber es gab auch einen negativen Touch in diesem Match gegen Timberwolves ich meine die Werte hier für mich individuell sahen eigentlich recht ordentlich aus sogar bis sehr gut aber meine Turnover in diesem Spiel die sind so heftig expandiert dass sie meine normale Quote nicht überstiegen haben die haben die förmlich überragt also normalerweise wie gesagt letztes Spiel habe ich es kurz angekratzt 3,5 oder 4 habe ich da im Schnitt und hier habe ich fast ein Triple Double ausgepackt also wenn ich hier noch 10 Assists wie gerade habt ihr es gesehen 10 Assists komplettiert hat ja perfekt gepasst genialer Übergang von mir war natürlich alles geplant aber um zurück zu kommen auf die Turnover wenn ich hier 10 also ich hatte fast 10 also fast ein Triple Double mit Turnover das geht natürlich in echt nicht das wäre ja völlig idiotisch Turnover eine negative Statistik aber 10 viel zu viel ich weiß nicht 9 oder 10 ich weiß es immer noch nicht aber auf jeden Fall das darf natürlich nicht passieren meine Quote an sich schon viel zu hoch und gegen die Timberwolves haben den Ball so oft weggecatcht ich meine ich habe auch ein paar LLU Pässe vergeicht aber der Rookie Rubio hat mich gerne mal mit Luigi in den Ball aus den Händen gechippt und da sah ich mich halt nur im Rücken wieder wie die Gegner mir auf dem Fast Break weggerannt sind wie gesagt die Turnover Quote hier der einzig negative Trend für mich muss das irgendwie abstellen auch wenn die Dunks hier fliegen wie weiß ich nicht was Monster Scorer in diesem Spiel 46 Punkte noch 2 Minuten im 4. Viertel und das Spiel jetzt sehr sehr eng machen hier einen wichtigen Korb beziehungsweise einen wichtigen Korb erfolgt durch Cousins durch mein SS 117 zu 112 die Full Court Presse der Timberwolves geht mehrfach nach hinten los kann natürlich den Court dann abrennen aber meine Wurfquote im Spiel ihr habt da habt ihr es kurz gesehen 9 Turnover aber meine Wurfquote 21 zu 2 ach nicht zu 21 21 von 22 natürlich mehr als zufriedenständig 91% um das prozentual auszudrücken dann geht das Gefolio los das ist meistens ein gutes Zeichen besonders wenn man hier beide Freiwürfe verwandelt sind dann Out of Range um die 3er Gefahr der Timberwolves einzudämmen und schlussendlich gewinnen wir hier 123 zu 116 wie gesagt das Spiel an sich sehr sehr gut aber die Turnover Quote von mir einfach nicht tragbar Das war gerade eine absolut unglaubliche Offensivleistung von ihnen würden sie sagen dass das eines ihrer besten Spieler als Profi war also wenn ich ehrlich bin war das fast das beste denn ich habe 50 Punkte erzielt aber natürlich ist das ein Team Sieg wie sieht es hier gerade mit so einem breiten Gerinsen denn ich handel ich denke es war nicht so ein definitiver Moment für mich wie es für das Team war wir haben viel Arbeit in und es kam alles zusammen für uns hier ich denke wir werden können zurück auf dieses Spiel sehen und sehen viele Dinge die wir richtig gemacht haben und versuchen unsere Spiele zu verbessern und versuchen unsere Spiele zu verbessern die Punkte die ich hatte waren toll und vielleicht kann ich noch mal zurück und schreien aber jetzt bin ich glücklich mit wie wir als Team spielen wie sieht es hier gerade mit so einem breiten Grinsen denn ich handel hier eigentlich so wie ich es im echten Leben hasse die ganzen Sportprofis wie sei es NBA oder Fußball wobei im Fußball ist das sogar ein Tick mehr diese Floskeln ich meine ich habe es gerade gesagt ehrlich würde ich sagen das war eines der besten Spiele überhaupt von mir aber dann dieses Team hier Team da oder auch wenn es um Transfers beim Fußball geht und dieses diese ewigen Floskeln die alle parat haben sind wir voll auf den Sack und ich mache hier genau das gleiche voll schlimm eigentlich eigentlich hasse ich das wie die Pest aber ich glaube man ist eigentlich so zu handeln aber das ist ja halt so im Geschäft und die Folge endet jetzt hier ich hoffe ihr hattet Spaß und ich hoffe auch dass ihr im nächsten Part wieder einschaltet und mir bleibt nur noch zu sagen Tschüss miteinander Ciao